Von den 40 Einzelspielerkarten der Gold Edition ist Federmaus die einzige, die 8 Spiele hat. Und noch dazu ist sie sehr schön gemacht, anders als diverse andere Karten, die Tieren nachempfunden sind. P.K., ich weiß nicht wer du bist, aber das ist hervorragende Kartengestaltung. Wir starten als Römer am südlichen Ende der Federmaus und haben das Ziel, die anderen 7 Spieler zu besiegen. Die Mitte der Federmaus wird von einem dunklen Tempel kontrolliert, glücklicherweise aber ohne Monokopter. Nördlich des Tempels, auf der Stirn der Federmaus, finden wir außerdem über 2000 Goldbarren. Die habe ich sonst immer ignoriert, aber wenn uns die Map schon Goldbarren gibt, dann machen wir auch Level 3er draus. Die linke Seite der Federmaus wird von Team 3 kontrolliert, die rechte von Team 4. Jedes Team besteht aus einem Römer, einem Wikinger und einem Maja. Auch was Gebirge angeht hat Federmaus einen relativ einzigartigen Ansatz. Gebirge werden als Konturlinien genutzt und in diesen könnt ihr alle Rohstoffe finden, wobei Stein ziemlich rar ist. Dieses Steinvorkommen funktioniert in meinen Run auch so gar nicht, trotz zweier Versuche. Die restlichen Rohstoffe funktionieren aber besser als erwartet. Da die KIs auch untereinander verfeindet sind, müsst ihr tatsächlich nicht wirklich mit Angriffen rechnen. Sichert einfach die rechte Seite mit ein paar großen Türmen ab und expandiert ansonsten stetig weiter. Die KI kann auf dieser Karte nicht gut expandieren. Durch die hohe Spielerzahl starten alle Spieler mit Ausnahme des dunklen Volks mit geringer Kampfkraft, früher Aggression ist also eher nicht ratsam. Das dunkle Volk setzt auch den KIs deutlich zu, insbesondere, da sie nicht gegen den Tempel vorgehen können. Team 4 wird sich langfristig wahrscheinlich als Überlegen erweisen, durch die schändigen Patrouillen auf die linke Seite werden sie aber regelmäßig in den Flammen des Tempels laufen oder mit dem dunklen Volk in Konflikt geraten. Ich kann aber empfehlen, den grünen Spieler zu erobern, sobald er etwas geschwicht wurde und ihr eure ersten Soldaten habt. Der nächste Zwischenstopp war bei mir das dunkle Volk, weil ich den Goldschatz haben wollte. Und deshalb kann ich euch aus Erfahrung sagen, wenn die Map dir Goldbarren gibt, mach keine Level-3-Soldaten raus! Schmeiß die Goldbarren zurück! Wehr dich! Ich will deine blöden Goldbarren nicht! Jetzt denkt ihr vielleicht, wieso beklagt sich dieser Typ über 2000 Goldbarren, die einfach da oben rumliegen? Ganz einfach, weil die zu holen ein größerer Krampf ist, als 2000 Goldbarren selbst zu produzieren. Da Team 4 viele Türme auf der linken Seite erobern wird, wird es auch einige Patrouillen geben, die Pioniere, Gärtner und Türme stören werden. Effektiv müsst ihr also erst die linke Seite erobern, und das führt zu Gegenangriffen. Wäre das Gold in den Augen der Fledermausstatt auf der Stirn, könnten wir vielleicht darüber reden, aber so ist es wesentlich besser, einfach das unbeanspruchte, sowie das eroberte Gebiet des grünen Spielers weiterzuentwickeln. Die Karte ist sowieso riesig. Am Ende muss ich mal wieder mit den Türmen der beiden letzten Gegner WoistWalter spielen. Und sie haben eine absurde Menge an kleinen Türmen gebaut. Der interessante Anfang der Karte verläuft sich leider im Laufe der Zeit. Ich denke, es wäre hilfreich gewesen, wenn die KIs mit vollbesetzten großen Türmen starten würden, damit sie sich zwar bekämpfen, aber nicht so schnell gegenseitig eliminieren. Aber trotzdem halte ich diese Karte für eine der interessanteren. humoriert in München. traf Traf Du Tom Jamie пис M